Ich vergleiche es immer ganz gerne mit so einer Uhr, so einer alten Wanduhr. Was hatten wir zu Hause auch immer an der Wand hängen? Da sieht man zwar dieses wunderbare, schöne Zifferblatt und die Zeiger. Und die zeigen auch einem immer ganz genau, wo die Zeit ist. Aber eigentlich ist diese Präzision und diese hohe Qualität ja nur erreichbar durch die vielen, vielen kleinen Rädchen, die hinten dran sind. Und dieses Zifferblatt und die Zeiger, das sind für mich immer die Halbgötter in Weiß, das ärztliche Personal und alles das, was man so an der Frontside von so einem Haus wahrnimmt. Aber tatsächlich, da ist eine Küche, das sind Werkstätten, wir haben Schreiner, wir haben Schlosser.